Hallihallo, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und dem Christkind Sarina mit Rudolf am Schlüsselbund. Ich hab die letzten drei Runden nur noch gegen Doktoren gespielt. Ich kann's langsam nicht mehr hören, dieses Schütt. Ständig wird man geschockt und ist verrückt. Zwischendurch ist das ganz witzig. Gerade hab' ich da keine große Lust mehr zu. Ja, ich spiel' wieder mit meinem Weihnachts-Perk-Bild. Ich geh' mal hier rüber. Ähm, mit Plünderspürsen, Einschätzung und Ass im Ärmel, so dass ich die Kisten finde, bessere Items bekomme, mit besseren Zusätzen und dann direkt nochmal in die Kiste gehen kann, um diese Items dann auch an den Mann zu bringen. Dafür hab' ich Bindung. Rettet ihr mir noch hinterher? Nö. Dort ist er. Oh, jetzt macht er einmal den großen Schock und ich bin hier die Einzige natürlich. Ich hab' hier auch nichts, ne? Bling, 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 bling. Und zack, zack! Wow, das war knapp. Wahnsinn. Das war mehr als knapp. Uh, da sind alle. Da ist einer an der Kiste. Okay. Super. Kriegst du es schneller hin? Ja, kannst du auch gerne haben. Sie nimmt sehr gerne die Taschenlampe da. Habe ich doch jemanden gefunden, der sich freut. Das ist doch auch sehr schön. Oh, sind hier alle so in der Nähe. Reloady. Hier. Für dich. Frohe Weihnachten. Sie nimmt den nicht. Oh, ich bin grad so ein Schisser. Ich hab' keinen Bock mehr auf den Klauen namens, äh. Was macht der? Er muss mal kurz mit seiner Mutter telefonieren. Von mir aus. Okay. Okay. Dann geh' ich wieder in die Kiste. Bisschen eigenartig. Geh' mal kurz hier rein. So, okay. So, und jetzt hab' ich ein überaus schönes an die Kasten. Ist doch ein gutes Geschenk. Kann jeder gut gebrauchen. Wo häng' ich da fest? Jeder gut gebrauchen. Oh, ich muss mich auch beruhigen. So, jetzt ist er da vorne. Ich geh' mal kurz an den Jenchiers. Bringt ihr sonst auch irgendwie nix. Aber das kommt mir schon sehr, sehr komisch vor. Ich geh' mal an den... Komm her. Hier, für dich. Frohe Weihnachten. Und frohe Feiertage. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Leider nur für die Claudette. Die Elodie hat ihren Kasten ja irgendwie stehen lassen. Oh, das war knapp. Da hab' ich ein bisschen geträumt. So. Bitteschön. Für dich. Frohe Weihnachten. Nimm's denn jetzt mit. Das war nicht so gut. Ich hab' trotzdem geschrien. Und da war nöt. Darauf hat er also gewartet. Dass ich nie darauf verlassen, wenn einer RFK ist, dann heißt das nicht, dass er einem das gönnt, zu gewinnen. Oder nur farmen will. Es kann einfach heißen, dass er auf sein Nöt wartet, weil er keinen Bock mehr hat, zu jagen. Ob ich's vom Haken schaffe. Ich hab' ich's vom Haken schaffe. Ich hab' mir Glück mitgenommen. Ich guck' noch mal. Tja, ein bisschen mehr Glück für mich. Ich hab' ich's. Ich hab' ich's'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'. Er schockt groß. Ich hab' ich's'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'. Also, dass sie mich noch gerettet haben und das trotz Nöd. Und sie rennt richtig hinter mir her für den Tank. Die andere ist da in der Ecke und macht Nöd. Die andere ist weg. Sehr schön. Danke, Eben. Super Team. Klasse. Ja, da sind wir rausgekommen, weil das Team, glaube ich, eine SWF war. Ich weiß es nicht. Aber ist doch schön. Haben sie sehr gut gemacht. Ich habe nicht viel in den Gents gearbeitet. Ich habe auch nicht so viele Items verschenkt, wie ich das gerne gemacht hätte. Aber es war doch trotzdem eine gute Runde. Also, GG. Vielen Dank. Und bis bald. Schöne Feiertage.